Alles klar, erstmal aufräumen. So, jetzt klingt's gut. Sehr gut! Ah, so viel Gemüse. Sieht aber nicht aus wie Fische, sondern wie Hühnchen. Und ich hab glaube ich was im Briefkasten. Da gucken wir erstmal rein. Oh Gott, so viel Spielzeug. Es wird verkauft. Wir haben ja so viel Spielzeug schon. Und außerdem ist das Bestreben herrlich reich, dadurch viel besser. So für die YouTube-Zuschauer, denen ich das zeitversetzt teile. Das ist jetzt ein Twitch-Stream, den ich hier versuche. Und nicht wundern, wenn ich komische Sachen sage. Ich muss das erstmal checken. Die muss jetzt ein bisschen Spaß haben. Also das Spiel ist ein Computerspiel hier. Beim Turnier. Anfängerturnier. Ich hab' natürlich gewinnt. Sie hat nämlich noch kein Turnier gewonnen. Ich hab' Mechanik hat die eh voll. Geschicklichkeit. Ich hab' Mechanik. Ach komm, die muss ich auch noch machen wie Isha. Ach komm, die muss ich auch noch machen wie Isha. Ich hab' einen Schmitz. Gibt's den schon? Ja, das ist Gerbets-Sentenlens Vater. Viktor Gerbauer. Ich glaub' den haben wir auch schon. Mike. Fabian Palme haben wir auch schon, ne? Ja, Michaels Vater. Wir suchen uns einen neuen Macker. Na, erstmal soll die... das Anfänger-Tonier fertig machen. Dann geht ich schlafen. Das Kind ist wach. Mal auf langsamer. Na, die hat auch nicht gewonnen. So, die geht jetzt schlafen. Das macht's schon von alleine. Sie geht jetzt essen sehr gut. Das kommt hin. Das musst du ja noch für die Schule machen. Du musst jetzt noch nehmen. Ah, die muss jetzt in die Schule. Dann zack' ich ab mit dir in die Schule. Du bist auch wach. Dann sprech' mit dem. Ich sprech' einfach mal mit dem Kind. Ich bin natürlich auch mit dem Kind. Ich bin auch mit dem Kind. Und dann dem Kind was zu essen gehen. Wie? Kann jetzt Töpfchen zwei. Okay, das dauert noch bis sie es wirklich kann. Nee. Und danach gibst du dem Kind was zu essen, bitte. Ähm... Essen geben. Ombiva. Macaner. Luchi. Wann ein Fisch? Jetzt machen wir ihn noch. Hm, Stopp, lauf nicht weg. Mensch. Essen geben. Ich geh nicht schlafen. Wasch erst mal das andere Kind in der Wanne. So. Äh... Warten? Frederic. Nein, Kevin nicht. Was mit dir? So, dich müssen wir mal rauslassen, ne? Können wir nicht erst mal um die Kinder, bitte. Nein, Sophie. Aufräumen. Selber. Und dann gehst du einmal duschen. Ach, die sind alle irgendwie komisch. Du musst auch duschen. Die hier warten einfach. Da? Schau mal an die. Die war doch letztens schon so dreckig. Nee, nicht da. Spiel doch einfach mit dem Spielzeug. Du auch. Du hast Hunger. Da die Cherry ja erst mal um sich selber kümmern muss. Kannst du dir erst mal einen Teller schnappen. Jo. Du spielst, du bist glücklich, ne? Ja. Du isst, du bist auch glücklich. Du badest, du hast Spaß. Sozial und Hunger. Danach kannst du erst was essen mit dem Kind. Nimm das einfach mal. Was mit dir? Du bist müde. Dann geh schlafen. Boah. Die kommt gar nicht mehr dazu, Leute kennenzulernen. Schub. Die kann auch aufräumen. Merk ich mir. Die kann auch aufräumen. Merk ich mir. Mh, die Teller kommt direkt in die Spülmaschine. Die muss immer noch schlafen. War die nicht gerade? Dann darf die erst mal was essen. Ja. Mhm. Kannst du das? Ja, aber... Das Klo. Da. Ne, säubern. Gucken, ob hier einer dran vorbeiläuft. Jetzt müssen wir demnächst, nächsten Tag mal reisen. Fabian Palmen, den kennen wir schon. Das ist der Papst von Michael. Da hat die Hausaufgaben beendet. Da kann die Zusatzaufgaben machen. Die soll in der Einsatzschülerin werden. Das Kind schläft. Das kann jetzt auch schlafen. Du musst noch kreativ werden, ne? Du kannst dann nicht hier zeichnen. Einfach zurück, einfach. Ah, jetzt um 21 Uhr kommt jetzt eh keiner vorbei. Ich kann nicht mehr treuern essen gehen. So. Vorder, ess doch einfach was. Nicht Sammerei veranstalten, ess was. Das Ding ist auch traurig, warum, wenn du schlicht geschlafen hast. Ja, größe das Kind einfach mal und dann kannst du auch mal schlafen gehen. Jetzt mal Erziehung drücken, oder? Erziehung. Okay, es ist, hat es wieder vergessen. Hat es doch nicht wieder vergessen. Was machen wir denn jetzt? Das ist Virtual, genau. So, die kriegt ein Level. Beste Freunde gewonnen, Frederica und Sherry. Endlich ganz so schlafen. So, dann ist er noch Vorder wach. Das kann neben dem Inventar. Dann kann die Toilette gehen. Da muss die Instrumente spielen und fünf Bildtypen auf dem Tisch zeichnen. Der hatte gerade Fahrzeuge. Yes, Kind sitzt noch im Hochstuhl. Das muss man hier. Also, die müssen es mit. Oder auch nicht. Vorder schläft. Du schläfst doch richtig. Und du kannst auch normal schlafen. Und du kannst den Stift rausholen. Und du kannst den Stift rausholen. Also, das war die 145. Folge. Also, der 145. Tag. Und der, ähm, wie nenne ich den? Es ist nicht viel passiert. Anstrengende Kinder. Mit dem Anschluss der 146. Die Berg die Eck r putain.